Hallo liebe deutschsprachige Teefreunde aus ganzer Welt. Willkommen bei mir, Stefan Herder. Ich bin der Gründer des Tea Masters Blogs und der tea-masters.com-tea-boutique. Ob ihr in Deutschland, in Belgien, in der Schweiz oder in meiner Heimat im Elsass seid, wir machen heute einen Schlusspunkt zu einem Kurs des Winters über hochoxidierte Tees und Rolungs- und rote Tees. Und wir machen einen Schluss damit, mit diesem Teich. Es ist die Nummer 21, Hong-Yun. Man muss es nicht mit Hong-Yu verwechseln, das wir letzte Woche hatten. Hong-Yun, Nummer 21, kommt aber auch aus Sun Moon Lake, also dem Teich der Sonne und des Mondes. Und es ist, wie letzte Woche, auch ein Tee, das von der Taiwan Research and Extension Station, also ein Tee-Forschungslabor, entwickelt wurde. Es ist also die Nummer 21 und das ist ein Tee, das von zwei Teesorten kombiniert wurde. Und zwar, einer ist Chiman, das rote Tee aus China, aus Anrui. Und das andere Tee ist Assam aus Indien diesmal. Letzte Woche bei Hong-Yu war es eine burmanische Sorte, die auch Assam sehr nahe ist. Und mit einer taiwanesischen Wildteesorte bei Hong-Yu. Aber bei Hong-Yun handelt es sich diesmal um ein chinesischer rote Tee, Chiman und ein Assam aus Indien. Und deshalb sieht es doch ein bisschen sehr, wie sagt man, sehr gleich oder ein bisschen ähnlich wie letzte Woche aus. Lange Stänge, lange Blätter, ein paar orangefarbige Tipps am Ende. Hier habe ich heute ein, ich bin beim Schluss meines Pakets, deshalb krümelt es ein bisschen. Aber sonst sieht es wie letzte Woche ziemlich ähnlich aus. Dieser Tee ist also eine neue Teesorte, die aus dem Anfang des Jahres 2000 entwickelt wurde. Und es ist vor allem für die Gebiete gedacht, wo man gut roten Tees anbaut. Also die Lage bei diesem Sun Moon Lake oder auch, man findet es auch in Hualien Taitung, also auf der Ostküste, wie die meisten roten Tees in Taiwan. Und was besonders bei diesem roten Tees ist, ist, dass es ein Kultivar wirklich, das gemacht ist für roten Tees. Denn heutzutage ist roten Tees so beliebt, dass die Teebauern in Taiwan roten Tees mit allen möglichen Kultivaren machen. Mit Ching Ching Uolong, das hatten wir auch in diesem Kurs gesehen. Man kennt es auch sogar mit, das war der Fall in Alishan. Wir hatten einen hochoxidierten Tee auch aus einem anderen Ching Ching Uolong, in Shalinshi, dieser Konkubin. Und wir hatten auch, es ist auch möglich mit Ching Ching Da Pang. Normalerweise benutzt man das, um Oriental Beauty zu machen, aber man kann es auch für roten Tee benutzen. Jin Xuan kann für roten Tee benutzt werden. Also jeder mögliche Kultivar kann auch als roter Tee verwendet werden. Aber Hong Yu, Hong Yun, das sind zwei Kultivars, die wirklich für roten Tee gemacht sind, bedacht sind auch. Denn die sind am Ursprung auch mit roten Tee verwandt. Und in diesem Fall Chiman und Assam, also die Eltern dieses Hong Yun, sind wirklich auch zwei Kultivars, die für roten Tee am besten geeignet sind. Also wir werden diesen Tee gleich probieren, wie wir unseren Porzellan-Gaiwan vorwärmen. Diese Tee ist ein bisschen schwieriger anzubauen als Hong Yu. Deshalb ist Hong Yu normalerweise ein bisschen teurer als Hong Yu. Riecht und ein bisschen feiner. Wir wollen ihn aber auch gleich probieren. So sehen wir, wie er schmeckt. Okay. 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 Da sind wir soweit, die Farbe verändert sich sehr schnell und wir warten ein bisschen ab. Wir können schon jetzt unsere Tässchen leeren. Gute Konzentration, schöne rote dunkle Farbe, sehr schön transparent. Natürlich nach einiger Zeit verliert dieser Tee seine Transparenz. Das ist normal, denn es hat viele Polyphenole, die machen dann ein bisschen mürbe, aber am Anfang muss es transparent aussehen. Schmeckt ein bisschen ähnlich wie letzte Woche beim Hong Yun. Man spürt diesen größeren, sehr körperlicher Geist, dass es ein bisschen herber ist im Gaumen und im Geschmack, aber seine Gerüche sind ein bisschen anders. Und ähneln ein bisschen orange Zitrone, sind ein bisschen in dieser Richtung. Rote Früchte, aber auch ein bisschen mehr zitronisch. Also jetzt warten wir mehr Minz und andere Gewürze. Heute ist es wirklich rote Früchte und auch ein bisschen orange. Und also aber mit viel Geschmack, sehr nachhaltig im Geschmack und deshalb ein Tee, der eine Präsenz hat und viele Aromen hat. Zu diesem Schluss dieses Kurses über rote Tees und hochoxidierte Ulungs muss man wirklich eins sich erinnern, dass diese Tees dank Japans in Taiwan damals eingeführt wurden. Vor allem in den 30ern Jahren, als die Finanzkrise von 1929 einen Schluss zu vielem Welthandel gemacht hat und jede Region hat versucht, weniger zu importieren. Also Japan und sein Imperium haben damals versucht, weniger mit den Engländern zu tun zu haben. Und deshalb haben sie also diese Industrie in Taiwan angesprochen, roten Tee, um keinen roten Tee mehr aus von den Engländern mehr zu kaufen und versuchen, ihren eigenen, ihre eigene Industrie des roten Tees aufzubauen. Damals hatten sie also diese Firma in Sun Moon Lake gegründet, in den 30ern. Aber es hat natürlich nicht sehr lange gedauert, bis der Krieg ausbrach und es hatte dann eine Zeit gedauert, bis nach dem Krieg die Sachen wieder anfingen, einen normalen Weg zu nehmen. Eine lange Zeit war Ulungs wieder das Tee Nummer eins. Aber seit dem Anfang des Jahres 2000, also um dem Jahr 2005, 2006, wurde roter Tee wieder beliebt in der chinesischen Region und in Taiwan. Und seitdem ist es wieder eine boomende Industrie. Und seitdem finden Teebauern in der Region von Sun Moon Lake wieder zu ihren Wurzeln, aber versuchen mit neuen Kultivars ihren Tee zu verbessern. Und das ist also ein Kultivar, das ähnelt den indischen Kultivar, aber ich finde, es bringt mehr Gerüche, mehr Aromen, Citrusaromen, Orangearomen auch. Und das macht diesen Tee dann also noch interessanter. Und sonst haben wir gesehen, mit Oriental Beauty gibt es auch einen Tee, das im organischen, also bei den Bio-Tees seine Marke geprägt hat. Es hat Concubine Oulung auch inspiriert. Es hat auch den roten Tee aus der Ostküste inspiriert, diesen Daie Oulung mit Honiggeschmack. Also haben wir in Taiwan eine große Auswahl von hochoxidierten Oulungs und roten Tees. Und das macht unser... Wer die Wahl hat, hat die Qual. Wir haben eine große Auswahl von wunderbaren Tees. Und ich hoffe, ihr habt diese Kurse gemacht und etwas dabei gelernt. Nächste Woche mache mache ich einen Report über ein Buch, unseren Kaiser Huizong. Hier ist er. Ich erzähle euch, was er mit Tee zu tun hat, dieser Kaiser aus der Song-Dynastie. Und dann werden wir mal sehen, wir haben schon neue Tees von diesem Frühling. Diese Woche habe ich einen Tee aus Sancha, einen grünen Tee, der Bio-Tees schon heißt, ausgewählt und in meine Boutique gestellt. Den werden wir wahrscheinlich in den kommenden Wochen auch zusammen kosten und sehen, was er... Was speziell ist in diesem Jahr. Vielen Dank fürs Zuschauen, gebt mir einen Daumen und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Tschüss. tribute ich actually. rz